Ladies, Gentlemen und sonstiges, herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Gamedave Tycoon. Wir waren stehen geblieben, ein Game Development Simulation zu starten. Und zwar mit GameCopDX, also wir gründen das Spiel GameCopDX. Und ja, das ist unser allererster großes wirkliche Forschungsprojekt. Was labest du für eine dumme Scheiße, Alter? Unser allererster großes Projekt für ein Videospiel. Und ja, ich bin mal gespannt. Also das könnte sehr gut aussehen, es könnte auch richtig kacke werden. So, Tony Rodriguez und sowas, die sind schon richtig ausgelastet. Schicken wir die dorthin. Der macht das hier. Und du kannst das hier machen. Alter Falter, das wäre mal interessant. So. Das ist ja sowieso ein Auftragsspiel, also ist es jetzt nicht so wichtig. Marktanalytiker haben einen merkwürgigen Track beobachtet, dass Spiele auf der ganzen Welt ein eigenartiges Fable für ungewöhnliche Spiele haben. Ein Spiel drückt es so aus. Manchmal will ich es einfach etwas einzigartiges spielen. Ein Spiel, das nicht auf der typischen Idee von Militär-Actionspiel oder Fantasierollenspiel basiert. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich hoffe, dass die Unternehmen bald ein paar einzigartige Spiele herausbringen. Ich will sie momentan wirklich bevorzugen. Dieser neue Trend verspricht eine interessante Herausforderung für die Spieleentwickler zu werden, weil Genre-Themen, Kombinationen, die sonst immer gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr gefragt sind. Ja. Sorry, Leute, dass ihr das hören müsstet, aber ich brauche aber was zu trinken. So, GameCop.DX. Das erste Simulationsspiel. 6.000, 7.000, 8.000. Alter, wir sind Platz 6 sogar. Also, genial. Okay, Wena hat heute in einer nüchternen Bekanntgabe bestätigt, dass Dreamfast eingestellt wird. Wenas geschätzte Leads verlauten, dass viele Filmen weiterhin Spieler für die Konsole entwickeln werden, Wena allerdings zu keine neuen Einheiten mehr produzieren wird. Ja. So ist es, ne? Also, das Spiel wird auf jeden Fall Rekorde brechen. Das kann ich jetzt schon sagen. So, wir haben auch ein ziemlich geiles Spiel. Also, ich denke, das wird ein ziemlich gutes Spiel werden. So. Also, dann machen wir es halt wie bekannt. So. Und, ja, wer übernimmt jetzt diese wichtigen Knotenpunkte? Also, ich denke, ich könnte 521, 576, der James, der kann das, der James kann nichts mehr machen. Oh, der ist vollkommen weg. Ich könnte auch nichts mehr machen, weil ich auch komplett überfüllt bin von Arbeit. Colby, der macht mal das hier. Jetzt sind alle zu krass ausgelassen. Es geht nicht. Also, ich bin da mal Mario Hicks, macht das dann. Einen Sound. Bin schon mal der Meinung. Würde auch funktionieren. Und guck mal, wie das wird. Hallo, ich bin Curtin Gillen von Gamers. Ich habe gehört, dass Darius gerade in ihrem Spiel arbeitet. Ja, ich bin dabei für ein Interview. Ich pushe das Spiel natürlich. Also, das Spiel wird auch gut ankommen. Bin ich mir 100 pro sicher. Also, guckt euch mal an, was... Das ist ja doppelt... So viel Arbeit steckt da drin. Also, es ist ein verdammt gutes Spiel. Jetzt da. Ja, genau. Budget. Dave Johnson hier. Eigentümer von Departure Science. Wir haben einige unserer Testobjekte euren Spielen ausgesetzt. Und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal. Ich habe ein paar Produkte, die ein wenig Werbung benötigen. Ich dachte da an Art Product Placement. Meine Werbejungs sagt mir, dass ich dich nicht fragen sollte. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000 um einiges. Unser rot lackierten... Das ist... Nein. Danke. Brauchen wir nicht. Ich möchte kein Product Placement drauf haben. Brauche ich nicht. So. Also, das war jetzt mal ein richtig gutes Spiel. Mal gucken, wie das wird. Also, da... Wir haben beide auf jeden Fall neue Rekorde gebrochen. Und ja. Grundlegende Physik. Alter. Da haben wir einiges zu forschen. Ja, da forschen wir mal, ne? Grundlegende Physik. Forschen. Cloud-Spielstände. Alter, wir sind ja ziemlich weit nach vorne. Spielbericht erstellen. Und das Spiel... Oh, geht's. Game Dev und Simulation ist eine sehr gute Kombination. Okay. Naja. Es ist jetzt auch nicht so gut. Mod-Support auf jeden Fall. Surround-Sounds und 2D-Grafik. V-Version 5 geht leider nicht. Play-System wird in zwei Morden vom Markt genommen. Schade. Mal gucken, wie das Spiel... Alter, das Spiel verkauft sich gut. Das kann man sagen. Wir haben bekommen auch gut Fans. Das ist super. Ja, und da... Perfekt. Äh, jetzt wird das Spiel auf dem Markt... So gut kritiken... Also, ja. Klar, positiver Einfluss. Das ist ja ein gutes Spiel. So, jetzt warten wir, bis der mit seinem Spielbericht fertig ist. Wir gucken mal. Kann er jetzt forschen? 150 Forschungspunkte braucht er. Alter Falter. Heute hat... Ah, so eine Gamecube. Ja, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt ein komplett neues Projekt starten. Und zwar ein ähnliches Spiel wie Halo. Weil Halo ist einer meiner Lieblingsspiele. Neues Spiel entwickeln. Und zwar ein mittleres Spiel. Ja, Thema... Ja. Versteht ihr was ich meine? Also für die M-Box... Also für die Xbox... Also für die Xbox... Will ich auf jeden Fall Action nehmen. Aber ich glaube, ich lasse es auch da... Ich will jetzt nicht extra noch was hinzufügen. Wir lassen mal Action... Die M-Box auf jeden Fall... Spiele-Engine... Star-Engine 3.2... Wir nennen es... Also irgendwas wie Halo gibt es da schon bereits. Wurde direkt releast am Anfang. Wir nennen es... Ähm... Weltraumspiel... Ring... Nee... Dyson Sphere... Dyson... Dyson Sphäre... Nennen wir das. Wer meine Kardashian Skala gesehen hat... Dyson Sphäre... Nennen wir das einfach. Für Xbox... Ja... Mittel... Ja... Machen wir es mal so. Mittel ist gut. Weil... Oder machen wir es groß. Groß ist ja das Problem. Da muss man halt schon viel machen, ne? Und... Ob da wirklich was rauskommt... Das ist auch die Frage. Deshalb mach ich mal lieber so. Also ja... Ich lasse es erstmal auf ein Genre. Ich belasse es auf ein Genre. Und ich... Bevor ich auf diese großen Dinger draufgehe... Warte ich erst mal. So... Was ist wichtig? Action und Gameplay... Auf jeden Fall... Ähm... Da ist auch... Ganz klar... Technik im Vordergrund. Also da heißt es... Technik... Geeks... Aller Welt... Vereinigt euch. So ungefähr. So. Wir machen da auch jetzt ein bisschen Hype im Spiel. Zeitschriften. Unser F&E Labor... Wird auch ganz gut gemacht. Zwei Spiele haben wir darauf produziert. Auch super. 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 Das ist schon... Das wird schon ein tolles Spiel werden. Das weiß ich jetzt schon. Dialoge sind da ehrlich gesagt ziemlich unwichtig wie immer. Das ist ja klar. Da ist er das Level-Design und hat Künstliche Intelligenz entscheidend. Und... Ja... James macht das hier. Christopher Sawyer macht das hier. Der macht das hier. Ist ein gutes Spiel. Bin ich mir auch 100 pro sicher. Ist jetzt kein Mega-Game, aber es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel werden. So. Ich möchte jetzt auch erst schon mal die ersten Zeitschrift-Demos raushauen. Plus eine kleine Kampagne starten. Ja. Was können wir jetzt noch machen? Jetzt Sound und Grafik. Spielwelt-Design. Spielwelt-Design ist da bei sowjetischen Spielen auch ziemlich unwichtig. Da ist die Grafik entscheidend. Und wir haben das ja alles schon perfekt gemacht. Wer ist denn perfekt? 522, 531. 532, 531. Du gehst dorthin. Oh, der ist jetzt schon ausgelastet. Dann gehen wir den... Hä? Christopher Sawyer macht das hier. Ja, und ich mach das hier. Fertig. Jetzt können wir alles richtig vollbomben mit Hype. Also das ist ja klar. Kleine Kampagne nochmal. Das ist mal eine große Kampagne reinhauen. Schön die 200er-Marke knacken. Ich möchte die 300-Marke am liebsten knacken. Das ist mein Ziel. Und es wird schwer werden, aber nicht unmöglich. Sagen wir mal so. Noch einmal Zeitschriften. Und noch einmal Zeitschriften-Demos. Und dann ganz am Ende jetzt nochmal ein ganz klar große Kampagne. So, jetzt werden die Bugs behoben. Technologie haben wir schon wieder neue Höhen erreicht. Noch einmal Bug weg. Super. Wir haben auch schön Hype generiert in das Spiel. Das muss sein. Neuer Rekord. Super. Spiel veröffentlichen. Also das wird wenn das nicht gut ankommt dann weiß ich jetzt auch nicht. GameCop. Die Ex-Foto vom Markt genommen. Komisch. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Also es ist schon ein gutes Spiel. Es sind schon gute Spiele. Nur. Es ist so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ein bisschen problematisch. Sagen wir mal so. Wir schicken die meisten jetzt mal einfach in den Urlaub. Einfach mal. Zu gucken. Forschung. 2D Grafik. Auf jeden Fall. Wir möchten echt gute Spiele jetzt entwickeln. Neue Spiele Engine. Alles reinhauen. Jetzt gucken wir da. Wir können auch da ruhig. Oder ne. Wir lassen das. Wir lassen das. Ich bin immer auch der Meinung. Wir lassen das erstmal. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine gute Kombi immer. Aber. Ich weiß nicht. So ganz. Training. Künstliche Intelligenz. Alter. Spezialisierung. Das ist immer interessant. Das ist immer sehr interessant. Dass man da so eine Spezialisierung machen könnte. Okay. Aber. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir gucken mal. Themen. Forschung. Neues Thema. Geht nicht. Wir warten bis der fertig ist. Der da hinten. Dann machen wir schon mal ein neues. Neue Engine. Engine. So. Eigene Engine stellen. Die Star Engine 3.5. Engine 3.5. Ja. Grundlegende Physik. Mod Support. Gerne. Erfolge dürfen auch drin sein. Und Surround Sound. So. Das wird mal eine richtig gute Engine werden. Mit Cloud Spielständen. Also da ist jetzt alles drin. Gucken wir mal. Ich bin mal echt gespannt wie das wird. Wir bekommen auch schön Forschungspunkte. Das ist auch ziemlich gut. Die Möglichkeiten des Internets werden auch ein bisschen ausgeschöpft. Großer Messestand. Gerne. Ein paar Fans einsammeln. Ist immer gut. Ja. Und die Dyson Sphäre des Spiels. Geht. Ist jetzt nicht so der Burner. Aber unsere Engine. Die wird es raushauen. Jetzt heißt es mal eine Fortsetzung entwickeln. GameCop Dx. Wir haben jetzt mal ziemlich viele Spiele von damals. Sci-Fi will ich nicht. Just Sing will ich machen. Ja. Just Sing will ich machen. Just Sing 2. Just Sing 2. Casual. Ja. Also. Alles andere als Casual. Keine Ahnung. Was man da machen will. Jetzt mal ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja. Alter Falter. Was war das mal? Das war ja Casual. 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 Das war Musik. Musik. Ja. Ich weiß nicht. So Music und Casual würde doch eigentlich gehen, ne? Casual. Und ich meine. Casual Simulation. Casual. Action. Nicht. Simulation. Für Kinder. Machen wir ruhig eine hohe Produktion rein. Also ich bin bereit für die. Ich bin bereit so ein Risiko einzugehen. Plattform. Das ist jetzt die Frage. Für die M-Box werde ich das am liebsten raushauen. Die M-Box. Ist ja meine Lieblingskonsole. Aber ich weiß nicht, ob das so smart wäre. Weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Guck mal. Places in 2. Ist dafür eher geeignet. Das ist ja das Ding. Ja dann. Ja. In die Places in 2. In die Places in 2. Mit 9 Star Engine. Großes Spiel. Hauen wir raus. Viel Geld rein investieren. Wir stecken jetzt viel Geld da rein. Und wir werden ein scheißgeiles Spiel entwickeln. So wird es sein. Und nicht anders. So will ich es haben. Nicht anders. Verstanden. Okay. Justing 2. Wird jetzt so ein bisschen Werbung bekommen. Das ist gut. Alter. Wow. Also bei uns sind echt viele da. Also das ist mal. Mein lieber Scholli ey. Das ist mal richtig viel. Was da abgeht. Wow. Wir werden locker. locker Platz 1. Man hat unser Messestand zum Besten des Jahres gewesen. Glückwunsch. Ja. Kann ich mir vorstellen schon ey. Mod Support. Gerne. Erfolge auch. Wir machen daraus ein sehr gutes Spiel. Das ist ja ein Musik Casual Simulator. Das ist immer interessant. Also das ist immer sehr interessant. Hm. Ha 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 ha. So. Ich denke die Engine. Weniger wert. Engine hat er erst gesagt. Ziemlich. Ist da weniger. Dafür ist es Gameplay entscheidend. Auf jeden Fall. Starling Quest ist auch ziemlich unwichtig. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht ob da. Der Design. Ja. Der Design geht ja schon vor. Denke ich mal ne. Sein 672. 500. 61. Gameplay muss der machen. Auf jeden Fall. Das ist ein der wichtigsten Aspekte in dem Spiel. Gut dass wir die alle auch relativ nach oben gepusht haben. Das ist ja das Wichtige dran. Das Spiel. Mal gucken wie das jetzt wird. Also entweder wird es geil oder es wird scheiße. Ja. Ich bin mir echt gespannt. Ich bin richtig gespannt. Wie das wird. Sehr gespannt sogar. Ach verdammt. Ich habe schon wieder vergessen. Den Timer zu stellen. Goal. Alter Falter. Alter Falter. Alter Falter. So. Dialoge denke ich jetzt. Ist dann auch relativ unwichtig. Machen wir mal so. Level Design ist dagegen auch nicht so wichtig. Ich denke da ist schon ein ziemlich guter Punkt. Wo das ist. Und da machen wir es auch ziemlich so auf dem Level der Dialoge. Ja. Christopher Sawyer. Der ne. Der darf das nicht machen. Der darf das auf jeden Fall nicht machen. Okay. Ähm. Ne. Das ist nicht gut. Ne. Das ist nicht gut. Ist gut. Ähm. Donald Rodriguez macht das. Mario Hicks. James. Ich weiß nicht so ganz. Da machst du das so. Ne. Wird mal interessant werden. Was wir daraus zaubern wollen. Also den 200er Hype. Das wird ja 100 pro knacken. Die Frage ist. Werden wir da ein gutes Spiel heraushauen. Das ist die allerwichtigste Frage. So. Surround Sound. Auf jeden Fall. Wir brauchen ein Spiel mit geilen Sound. Und ja. Ich denke dann. Das Spiel wird machen wir mal so. Ja. Das ist ziemlich gut eingestellt worden. Alter Falter. Tony Rodriguez. Der übernimmt. Das. Ja. Okay. Das geht sogar. Peter Polynue. Christopher. Alter Falter. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen schwer. Jetzt das zu planen. Am liebsten möchte ich den hier hin machen. Tony Rodriguez. Probieren wir mal Tony Rodriguez. Und den machen wir hier hin. Auch ziemlich schlecht. Wenn ich das so machen würde. Peter Polynue wäre ziemlich ausgelastet. Aber das würde gehen. Das würde gehen. Dann machen wir das lieber so. Hauen wir nochmal schön. Zeitschriften raus. Zeitschriften Demos. Dass wir so diese. 300 Marke knacken. Wenn nicht sogar die 400 Marke. Jetzt die 400 Marke. Will ich auf jeden Fall knacken. Ja. Nintendo DS. Interessant. Wir nähern uns der modernen Zeit. Heute hat Phony angekündigt im Laufe der ganzen Jahre. Ach komm. Ich will mir scheißegal was die PSP da ist. So. Ich hoffe das Spiel wird gut sein. Also echt. Ja da geht es schon viel was da abgeht. So. Also die Rekorde haben wir wieder gebrochen. Das ist gut. Ja. Bei beiden. Aber wir sind gerade in einer gewissen Krise. Man sieht es. Also unser Budget ist noch gut. Aber. Wir wollen ein bisschen. Fähigkeitsbaum. AAA Spiele können wir jetzt auch machen. Forschung. Gerne. Dynamische Umgebung. Fähigkeitsbaum. Spielbericht erstellen. Forschung. Neues Thema. Können wir nicht machen. Wir haben doch alles. Und ja. Den Eim ist mir weg. Alter. Alter. Das habe ich ja noch nie geschafft. Das ist ja eine glatte 10 von 10. Alter. Das war ja. Boah. Fantastisch. Von Star Games. Eine herausragende Leistung von Informant Gamer. Ihr Schwerpunkt auf Level Design tat dem Spiel sehr gut. Von Game Hero. Und ein Meisterwerk. Alter. 10 von 10. Das hätte ich ja niemals gedacht. Alter. Fuck. Shit. Das war mal richtig gut. Boah. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Das hätte ich jetzt niemals gedacht. Niemals. 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 Krass. Also das Spiel wird sich ja mal so gut verkaufen. Perfektes Spiel. Ja. Ey. Das ist das perfekte Spiel gewesen. Design. Ey. Wer hätte das gedacht, dass Just Sing wieder alles raushauen würde. Alles. Das hätte ich niemals gedacht. Forschung. Gerne. Auf. Auf. Und davon. Es ist krass. Es ist krass. Es ist krass. Es ist krass. Schöne. Schöner Forschung gehen. Spielen mit Einhörern, Regenbürgern, Piraten und Ninjas können möglicherweise besser sein. Alter. Zerobt. Wir haben es zerobt, Leute. Leute. Ich denke. Das ist der perfekte Ende. Das ist wirklich das perfekte Ende jetzt. Also nicht für das Projekt. Keine Sorgen. Das Projekt geht weiter. Einfach für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer EV12. Bay R.S. Dave vom Bros. TV. Und ich sage nur eins. Haut rein. Bay R.S. ZAKONCIM BOOM BOOM BOOM